Musik Ja, pass mal, wir machen das jetzt mal so. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Begereistungsfraktionen. Wir machen dann einen kleinen Workshop für euch, kostet nichts. Die Kirche Oberhausen hat natürlich auch hier, die Lutherkirche hat einen Bildungsauftrag. Ihr sollt ein bisschen gebildeter und schlauer hier wieder rauskommen, als ihr gekommen seid. Deswegen bieten wir jetzt im Schnelldurchgang den Workshop Bluesklatschen auf 2 und 4 an. Das ist nicht wie die Deutschen auf dem Takt, sondern wenn wir dieses Teil hier macht, also 1, 2, 3, 4. Also auf der 2 und der 4, immer wenn das ist. Ich habe einmal gesagt, kann das jemand vormachen? Ja, ja, das kann ich. Das war nach 4 Takten aber auch schon wieder sehr eingedeutscht. Könnte man nicht gebrauchen. Kann das jemand? Auf 2 und 4? Okay, aber immer wenn dieses Teil hier. Also wir probieren das erst mal. Wir machen das mal ein bisschen so. Wir gucken mal, ob wir noch Assassinen und Abweichler haben. Wir gucken mal, ob wir noch nicht. Wir gucken mal, ob wir noch nicht. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!